Das ist Kitchen Case, die mobile Küche zur Rettung der Schweizer Mittagskultur. Schluss mit Fast Food um die Ecke. In der schnellsten Kochschule der Schweiz zaubert Gourmetkoch Thorsten Götz mit Ihnen frische Menüs auf Ihren Mittagstisch. Ab 2. Februar um 5 vor 8 bei Kitchen Case in Sat.1 Schweiz. Kitchen Case wird Ihnen präsentiert von Denner, dem Schweizer Discounter. Und A-Vogel Herber Mare. Mein Salz, mein Geschmack. Und Bosch Hausgeräte. Der perfekte Sous-Chef an Ihrer Seite. Und Bosch Hausgeräte.